Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Interactive Adventure of Doc Mandonza und der Pizzaboy. Das sind wir und ja, wir sind jetzt wieder raus in der Seitengasse und haben das Gespräch geführt mit dem unsichtbaren Rezeptionist. Und ich schaue mal schnell mein Inventar. Wir haben jetzt die Kerze und die Kreide. Ähm, wir brauchen aber immer noch die Kette und wir brauchen das Buch. Das Buch sollten wir, glaube ich, einfach so stehlen. Die Frage ist nur, wie wir das stehlen sollen. Geschweige denn, wie kriegen wir das Schwarzpulver? Ich weiß nicht, ob wir die Streichhölzer mit dem Fenster anwenden können. Ich bin doch kein Brandstifter. Und selbst wenn, bräuchte ich etwas, das ein bisschen spektakulärer brennt. Ja, aber davor ist doch der Stand. Das Fenster führt zur Straße. Es steht weit offen. Und das ist doch besser so. Okay, also mockt es hier drin. Alles klar. Okay, Leute, ich gucke mal einmal ganz kurz. Ich weiß, dass sich in der Pfandleihe eine Silberkette befindet. Ich sollte vermutlich den alten Ziegel vom Markt dagegen eintauschen. Ja, das war mir schon klar. Das habe ich ja auch gesagt. Schönen Tag noch. Und komm wieder, wenn du Geld hast. Nö, wir brauchen kein Geld. Bis dann. Das war mir ja schon klar. Die Frage ist nur, wie kriege ich diesen Ziegel raus? Den kann ich ja nicht einfach so rauspropeln. Oder? Welchen bescheuerten Gegenstand werde ich wohl brauchen, um diesen Ziegel losmachen und mitnehmen zu können? Das war ja fast enttäuschend einfach. Das muss ich aber auch sagen. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Okay, alles klar. Dann gehen wir wieder zu dem Pfandleiher und tauschen das gegen die Silberkette. Aber können wir erst mal sonst den Ziegel nehmen und damit die Scheibe einschlagen? Würdest du diesen wunderbaren, glänzenden alten Ziegel gegen deine alte, staubige Silberkette tauschen? Willst du mich zum Lachen bringen? Nein. Das ist ein uralter Ziegel. Ein historischer Ziegel. Ich schwör's. Quatsch mich nicht voll, Junge, und zeig mal her. Du bist ganz schön mutig, sowas zu klauen und dann bei mir abzuliefern. Sehr schön, das Geschäft steht. Unfassbar, dass das geklappt hat. Was hast du gesagt, Junge? Nichts. Nichts. Nur, dass es ziemlich dumm war, mich von diesem Ziegel zu trennen. Okay, die Frage ist, wie können wir ihn abholen? Was gibt's? Ähm. Was weißt du über Zigeunerflüche? Was weißt du über Zigeunerflüche? Dass du weich in der Birne sein musst, um so einem Blödsinn zu glauben. Aber wenn du weich in der Birne bist und daran glaubst, habe ich jede Menge Gegenflüche im Angebot. Ich komm schon klar, danke. Was gibt's? Okay, schon gut. Schon gut. Okay, ich versuch's einfach mal. Ist bestimmt nützlich. Ich sollte jetzt einen Blick riskieren, notieren, was ich brauche und es später vielleicht kaufen. Ich sagte kaufen? Mit meinem Gehalt? Guter Witz, Yuriko. Echt gut. Ja, sehr schön. Okay, dann schauen wir doch mal da rein. Hier steht, dass ich folgendes machen muss. Ein Ritualkreis um das Objekt zeichnen, das auf die andere Seite soll. Eine wohlriechende Kerze anzünden, die den Körper besänftigt und den Geist öffnet. Eine Silberkette anlegen, die meinen Körper vor bösen Geistern schützt, solange meine Seele weg ist. Einige Worte rezitieren, die so lang sind, dass man sie sich nicht merken kann. Und etwas Schwarzpulver ins Feuer werfen. Hier steht, die Leuchterscheinungen sind der Höhepunkt ihres selbst durchgeführten Rituals. Okay. Können wir das dann wieder zurücklegen? Nö. Okay. Dann gehen wir einfach raus. Hey, wo willst du denn hin? Gib das Buch zurück. Ach ja, Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Das wollte ich natürlich machen. Schönen Tag noch und komm wieder, wenn du... Danke. Bis dann. Ich brauch das nicht mehr. So, aber wie komm ich jetzt an das Schwarzpulver ran? Und meine Nase kribbelt gerade. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gleich niesen. Äh, ich guck mal ganz kurz. Hä? Hä? Zauberbuch beschaffen? Hab ich doch. Ich brauche eine Kette, die lang genug ist, um aus dem Buch zu befestigen und dann aus dem Fenster zu werfen, damit ich von der anderen Seite an das Buch herankomme. Hä? Ich hab gedacht, das reicht so. Okay. Kann ich das nochmal nehmen? Nein, ich möchte da nicht mitreden. Geget's. Auch nicht dran lecken. Ist bestimmt nützlich. Ja, das kennen wir schon. So, dann kann ich die Kette mit dem Buch kombinieren. Die Kette ist zu kurz. Sie passt nicht mal um das Buch herum. Schade. Okay. Sneakers. Ich will das nicht in meine Jacke stecken. Okay, schade. So, wir brauchen jetzt irgendwoher eine Kette. Eine lange Kette. Okay, und was ist... Hey, wo willst du denn hin? Gib's... Ja, das Buch, natürlich. Oh, tut mir leid. Schönen Tag noch. Danke. Ich brauch kein Geld. Bis dann. So. Aber was mich am meisten interessiert, was ich leider jetzt mal luschen muss, wegen dem Schwarzpulver. Wenn ich zwei- oder dreimal versuche, den Feuerstand abzuzünden, kann ich bestimmt Feuerwerkskörper mit Schwarzpulver an mich bringen. Oh, tolle Wurst. Einmal habe ich's ja schon versucht. Machen wir's halt nochmal. Kann ich ein paar Feuerwerkskörper haben, Sir? Nein. Was ist denn bloß mit deinem Hirn los? Haben deine Eltern dich mit Bleifarbe gefüttert? Mach das nochmal und ich breche dir den Hals und uriniere auf deinen Kadaver. Iiii, Freudeival. Ja, das machen wir nochmal. Stehen wir drauf. Kann ich ein paar Feuerwerkskörper haben, Sir? Nein. Was muss ich tun, damit du aufhörst? Dir Feuerwerkskörper geben? Ach, nimm dir welche und zähl ich ab. Ja. Oh Mann. Sie sind kaputt gegangen, als ich sie in meine Jacke gesteckt habe. Feuerwerkskörper sind echt brandgefährlich. Okay, jetzt haben wir das Schwarzpulver. Okay. Wir brauchen aber trotzdem immer noch eine lange Kette. Die Frage ist, wo kriegen wir hier eine lange Kette her? Um das ums Buch zu wickeln. Klassischer Kitsch und hässlicher Trödel. Wie bei einem Straßenverkaufsstand üblich. Okay, ähm... Hast du eine Kette? Noch mehr Nudeln? Hast du sie als Nahrung und Rettung akzeptiert, mein Sohn? Nein, danke. Ich bin noch satt von der letzten Schüssel des himmlischen Segens. Deine Nudeln sind schlecht. Sie sind älter und fader als der... Und deine kalte Statue. Oh, ich glaube. Ja, das glaube ich auch, dass mich jemand gerufen hat. Äh, wir gehen sonst noch mal in das Versteck von dem, äh... Rezeptionisten. Von dem... Unsichtbaren. Nein, ich habe den Mann bereits verhört und sein Zimmer ruiniert. Ja, aber... Vielleicht ist da ja eine Kette? Abfallhaufen. Kann ich den untersuchen? Das sind jede Menge Imbisskartons, in denen mal Nudeln waren. Sehen ganz schön fettig aus. Okay. Hier das Schloss, da komme ich nicht dran. Das... Nö. Okay, wir gehen noch mal zu Miss Chen. Ah, Moment. Ah, stopp, stopp. Kette. Die Kette nehmen? Aber woher wissen die Leute dann, wo sie warten müssen? Und wenn die Leute nicht wissen, wie man wartet, wie sollen sie dann wissen, wie man sich verhält? Es würde Chaos ausbrechen. Väter würden ihre Kinder töten. Und ihre Eingeweide essen. Das wäre der Horror. Natürlich. Ach was. Ich nehme sie trotzdem mit. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen doch nicht mit Miss Chen reden. Dann gehen wir wieder in die Fandleihe. Und klauen jetzt das Buch. Ist bestimmt nützlich. Ich sollte jetzt einen Blick riskieren, notieren, was ich brauche und es später vielleicht kaufen. Ha, ha, ha. Ich sagte kauf. Okay. Die Kette mit dem Buch. Es ist ja nicht so, dass das Buch irgendwo hinlaufen würde. Ich sollte eine andere Verwendung finden. Und raus mit dir aus dem Fenster. Ach so, mit der Kette so. Ah, okay. Alles klar. Dann gehen wir wieder raus, weil wir haben es ja nicht... Schönen Tag noch. Und komm wieder, wenn du Geld hast. Danke. Bis dann. Und jetzt ziehen wir an der Kette. Sehr gesprich. Zurück zum Hotel Romero. Wir müssen einen Geist verhören. Oh ja, das müssen wir. Ein flotten Fass, die hört sich drauf. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Laut Buch muss ich zuerst einen Kreis malen. Minuten später. Jetzt die Kerze anzünden. Das ist mein letztes Streichholz. Daumen drücken. Riecht nach Bacon. Wahrscheinlich überlagert das Fett den Zimt. Naja, wird schon funktionieren. Also, Persul, das ist jetzt wichtig. Wenn du siehst, dass die Kerze langsam erlischt, musst du mich aufwecken. Denn sonst sitze ich möglicherweise für immer bei den Geistern fest. Lies jetzt laut vor. Klatu, Barada, Nicktu. Und jetzt Schwarzpulver. Hä? Naja, ich hätte mir denken können, dass es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. Ihr zwei da. Ja, ihr. Ihr wartet hier, während ich rausfinde, was jetzt zu tun ist. Bin gleich wieder da. Einfach hier warten, okay? Du hast doch eine ganz andere Stimme. Also ich würde sagen, es hat ein bisschen funktioniert. Ich bin gar nicht tot. Erste Phase. Erste Phase, verleugnen. Bevor wir dir bei deinem Zustand helfen können, musst du akzeptieren, dass du einen Zustand hast. Nein, du verstehst nicht. Ich habe ein Ritual durchgeführt, um auf die andere Seite zu kommen. Oh je. Wir haben hier einen Kultisten. Also schön. Du hast nur einen existenzialistischen Schluck auf. Wir können dir helfen. Gut. Das ist gut. Übrigens, wer seid ihr? Wir sind die globale Untergrundbewegung für spektrale Aggressionsbewältigung. Oder kurz, Gubser. Das kann nicht stimmen. Wir können dir bei der Bewältigung deiner Alltagsprobleme helfen. Wie zum Beispiel der Interaktion mit der physischen Welt. Es gibt Kurse, wie man in einem Raum das volle Poltergeist-Programm aktiviert oder vermeidet. Ektoplasma. Das unangenehme Gespräch, das deine Eltern nie mit dir geführt haben. Du wirst feststellen, dass die Dinge auf dieser Seite des Lebens beziehungsweise der Abwesenheit davon ein wenig anders laufen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Worin genau bestehen die Unterschiede? Nun, im Moment kannst du so gut wie gar nicht mit der physischen Ebene interagieren. Du kannst vielleicht ein paar Türen öffnen, sofern der Wind mitspielt. Aber um wirklich mit etwas interagieren zu können, musst du es übernehmen. Und für eine Übernahme brauchst du jede Menge Wut und Übung. Und genau das machen wir hier. Wir lernen, unsere Wut zu lenken, um mit der physischen Ebene interagieren zu können. Hier, nimm diesen Hammer als Geschenk und arbeite daran, ihn in der Hand zu halten. Du kannst dich zu uns setzen und üben. In 100 Jahren bist du dann vielleicht wütend genug, um zwei Objekte gleichzeitig zu halten. Aber Vorsicht! Zu viel Wut ist gefährlich. Richtig. Wenn du deine Gefühle nicht kontrollierst, fährst du möglicherweise bei irgendwas das volle Poltergeistprogramm. Dann sitzt du in der Falle. Das muss ich erst mal verarbeiten. Keine Sorge. Du kannst mich alles fragen. Wir Toten müssen doch zusammenhalten. Danke. Okay, Leute. Äh, wir haben jetzt einen Hammer. Ich will darauf nicht mit dem Hammer schlagen. Warum denn nicht? Wie geht's? Daran möchte ich nicht. Du sollst auch nicht daran lecken. Und das ist der Mann, den ich suche. So nah und doch so weit. Die Frage ist jetzt natürlich, ist der Geist oben? Das kann natürlich sein. Wir schnacken noch mal mit dem Leiter der Selbsthilfegruppe. Sag mal, Häuptling. Nenn mich nicht Häuptling, mein Sohn. Kannst du mir erklären, wie man ein Objekt übernimmt? Kannst du mir erklären, wie man ein Objekt übernimmt? Nun, im Moment kannst du so gut wie gar nicht mit der physischen Ebene interagieren. Du kannst vielleicht ein paar Türen öffnen, sofern der Wind mitspielt. Aber um wirklich mit etwas interagieren zu können, musst du es übernehmen. Okay, und das ist mit Wut. Ja, das kennen wir alle schon. Kannst du mir sagen, was du mit volles Poltergeist-Programm gemeint hast? Kannst du mir sagen, was du mit volles Poltergeist-Programm gemeint hast? Wenn deine Gefühle amok laufen, übernimmst du möglicherweise etwas, das größer ist als du. Und es ist echt schwer, diese Übernahme rückgängig zu machen, nachdem das passiert ist. Wenn du deine Gefühle nicht kontrollieren kannst, endest du womöglich gefangen in einem Stuhl oder einem Stein. Also vergiss nicht. Sei wütend, aber nicht zu wütend. Tritt unserer Aggressionsbewältigungsgruppe bei. Naja, aber wir haben ja keine 100 Jahre, Leute. Warum hast du diesen Ort für deine Aggressionsbewältigungsgruppe gewählt? Warum hast du diesen Ort für deine Aggressionsbewältigungsgruppe gewählt? Nun, das Motel Romero ist unter Geistern ziemlich beliebt. Es wurde auf einem Indianerfriedhof errichtet. Nein. Einem Indianerfriedhof? In Lissabon? Echt jetzt? Und dann hat es ein verurteilter Serienmörder geerbt, der seine Opfer im Hof vergraben hat. Und als es ein Motel wurde, haben die Geschichten viele Selbstmordfans angelockt. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Definitiv. Äh, was weißt du über Zigeunerflüche? Was weißt du über Zigeunerflüche? Verwende bitte das Wort Zigeuner nicht oder Indianer. In Ordnung. Okay. Schon gut. Schon gut. Okay. Dann versuchen wir mal hier rauszugehen und gehen mal zum Eingang. Ich bin mal gespannt. Ist... Verdammt. Anscheinend ist die Batterie tot. Was soll ich jetzt machen? Ähm. Oh, hallo. Du bist bestimmt der Besitzer dieses mickrigen Körpers. Ja? Was zur Hölle machst du damit? Tut mir leid, aber der gehört jetzt mir. Ich darf mich vorstellen. Ich bin Daniel, der Dibbuk. Und sobald das Auto wieder läuft, mache ich mit diesem Körper eine Spritztour. Tu ihn dorthin, wo du ihn gefunden hast. Ha, 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 ha. Was willst du denn dagegen unternehmen? Du bist jetzt ein Nichts. Nicht mal ein richtiger Geist. Du hättest bei deinem kleinen Ritual eine Silberkette tragen sollen. Ah, nein. Ich habe eine getragen. Nein, das war eine Fälschung. Dieser verdammte Sohn eines Trolls. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um dringendere Angelegenheiten kümmern. Ich muss dieses Auto reparieren und meinen strahlenden neuen Hintern von hier weg schaffen. Nein, mit Sicherheit nicht. Das werden wir definitiv verändern. So, okay. Gehen wir mal in die Lobby rein. Okay. Aber wir können ja mit Sachen überhaupt nicht interagieren, hieß es. Nur mit Wut. Wer bist du denn? Tarzan Taborda. Okay. Alles klar. So. Ich würde sagen, ein ehemaliger Boxer. Und ich würde aber sagen, bevor wir mit dem ehemaligen Boxer sprechen, beende ich hier diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschüss.